So, es ist jetzt ca. 8.30 Uhr. Ich bin am Montag. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Weihnachten. Heute der 6. August 2017. So, heute mache ich mal eine Gletscherkunde. Mal sehen, was hier alles angriff. Und was man da sehen kann. Eine Gletschermühle, die Gletscherspalte. Aber das ist ein relativ kleiner Gletscher. So wird es nicht zu viel erheben. Ja, ist am Zappenfalle. Nicht oben, der Heussanblick. Jetzt geht ein frisches Wind gleich. Alles Ruß, was da rumliegt. Umwelt, Dreck. Alles Dreck. Aus der Luft. Die erste Spalterei. Aus Wasser. Schöne Spalten. Alles Rös und Dreck. Aus der Industrie. Ja, und das nimmt halt Wärme auch. Und das putzt die ganze Gletscher weg. Alles Ruß von den Fliegen und von der Industrie. Super. Das Wasser ist dermaßen klar. Da sieht man ein bisschen ab. Ja. Oh, welche Mächte hat es hier an. Ja. 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 Ja.